lecker spitzpaprika und die spitzpaprika werde ich jetzt in einem asiatischen style machen vorher schön rösten also es geht wieder nur um gemüse und diese spitzpaprika sind wirklich kulinarisch eine sensation ihr müsst ein bisschen einölen habe ich schon gemacht und dann wandern die unter den grill und zwar volle hebel grill vorheizen ja und dann dass sie nicht so lange dauert habe ich das schon mal vorbereitet war jetzt wird sich mein lieber hochbegabter produzent und kameramann denken die ist ja komplett verbrannt ist es auch so muss es auch sein die gibt es jetzt schon her ich nehme so ein küchentuch gibt ein bisschen kaltes wasser drauf dieses kalte wasser mit dem küchentuch ist jetzt garant dafür dass so ein bisschen dampf entsteht vielleicht kann man das sehen ist dampf so ein bisschen und der wasserdampf der entstehende löst quasi die verbrannte schale von den paprika und die paprika schmecken dann genial das dauert so ein bisschen ich lasse es einfach mal seitlich stehen das ist so ein bisschen kalt wird dann ziehe ich die ab wenn die paniert und frittiert so zwischendurch gibt es eine soße crème fraîche ein schlückchen mayo ja auch sterne köche verwenden mayonaise dann tejaki soße oder sojasauce ein schlückchen kurkuma und kennen wir schon ein bisschen salz gutes salz also crème fraîche mayo tejaki oder sojasauce ein bisschen kurkuma und wirklich fertig ist eine unglaublich gut schmeckende asiatische soße ponzo soße auch genannt das ist wirklich easy und die schmeckt echt lecker also wirklich da kann man nicht meckern so so ist es fertig dann gibt es auch gleich eine panade und die panade besteht aus pankomehl erzähle ich gleich noch was dazu frischen rosmarin ohne bäume so rosmarin ingwer und knoblauch und wenn es schön klein gehackt ist dann kommt das ganze zu dem asiatischen paniermehl kälber panko da auch noch ein bisschen kurkuma rein noch ein bisschen salz rein das ist die panade und jetzt schwuppdi schwupp ziehe ich die die schwarze schale etwas ab und das schöne ist ihr müsst nicht alles abziehen nur eben einen gewissen teil und ihr müsst mir vertrauen dieses schwarze schmeckt gar nicht eklig sondern das hat so einen ganz tollen ja so 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 burning aroma wirklich feine sache und das reicht auch schon so gut auf der anderen seite noch ein bisschen und der kameramann hat gemeinde hänse jetzt hast du endgültig versagt jetzt wird paniert aufgekleppert kommt einmal auf die paprika noch so auf die paprika kommt auch noch bisschen was vom geliebten meersalz und jetzt kommen die paprika erst in ein und dann in das paniermehl mit den entsprechenden aromaten so machen wir das zweimal oder wie gesagt wenn so ein bisschen von dieser braunen haut noch oder sagen wir mal ehrlich verbrannten haut noch dran ist ist alles gut und diese panierten paprika kommen jetzt in heißes öl und während er kurz drin frittiert dass die ein bisschen farbe bekommen und wenn die farbe haben kommen die raus so ist es schön so einmal raus damit auf dem küchen crepe abtropfen lassen oder so ein küchentuch jetzt kann das ganze angerichtet werden muss vorher noch mal was zeigen hey nicht nur ein bisschen gut gemüse als hauptdarsteller gemüse zum niederknien wirklich niederknien und das was ich heute für euch macht macht jedem steak mindestens konkurrenz ja als beilage oder als hauptdarsteller pur im blitzrezeptel moment zurück 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 so bisschen was von der soße und jetzt kommen die frittierten paprika und diese ecke die sind die sind mega crunchy wirklich wirklich extrem knusprig so funktioniert kochen heute ja nicht nur immer ein schlüssel in die pfanne hauen sondern macht man sowas extrem geil ja noch ein bisschen soße dazu blitzrezept der aller hänse wäschi hänse goes wäschi juhu freude danach juhu guten amt